Ok, dann nochmal. Das war links, rechts, 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 rechts. Der zählt in sich. Oh, das war jetzt nicht so geplant. Warte, die Stürme, es ist zu gefährlich. Ok, dann mal schnell hoch da. Alles rennt hier. Ok. Oh Gott. Alles fängt voll an. Oh Gott. Ja. Oh Gott. Also. Mist. Ich hätte weiter rüber gemusst. Weiter nach rechts. Okay. Dann mal rüber da. Und nochmal. Rüber, 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 rüber. Äh, festhalten. So. Und hoch. Und hoch. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ist das teilweise aufregend schon. Was? Und hoch, ich bin hier. Ich bin hier. Da los, spring! Du schaffst das! ernst ernsthaft wir können sie nicht zurück ich habe es kaum bisher hergeschafft es geht los scheiße die zweite für die hühne überall erst das flugzeug jetzt das und er mit seinem verkackten Bein mit Kappen da bist du da bist du da sind sie ja 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 ich hab das doch nicht ohne dich tun mir leidle tun mir leidle tun mir leidle du schaust das Du bist an der Kraft. Nein. Bist du okay, Lara? Ob sie okay ist? Es geht hier immer nur um Lara. Na klar. Hast du vergessen, dass wir wegen ihr hier sind? Das ist nicht fair, Reyes. Du hast recht. Hätte ich nicht sagen sollen. Es ist nur... Ross. Was sollen wir nur ohne ihn machen? Lasst uns einen sicheren Ort finden und etwas vorbereiten. Er starb als Krieger. Und so soll er von uns gehen. Eine Feuerbeerdigung. Hat sie und also die schwarze, farbige Frau nicht mit Ross'n Kind? War das nicht so aus den Texten? Ja. Das alte PT-Boot am Strand. Das sollte ich wieder hinbekommen. Naja, also... Versuch es wert. Es würde nichts nützen. Wir können die Insel nicht verlassen. Komm schon, Lara. Sag doch sowas nicht. Wir sollten jetzt gemeinsam sowas wie einen Plan spielen, okay? Ihr versteht es einfach nicht. Keiner von euch. Irgendetwas lässt uns nicht gehen. Etwas? Lara, du solltest schlafen. Ich gebe ja zu, dass mich seltsame Dinge besonders interessieren. Aber dieser Ort ist einfach zu viel. Ich verrecke nicht hier. Ich repariere das Boot und dann fahren wir. Du weißt, dass hier etwas nicht stimmt, Jonah. Ich kenne dich doch. Alles, was ich weiß, ist, dass Logik an diesem Ort nicht zählt. Du denkst, deine Instinkte sind eine Schwäche. Aber sie stärken dich. Vertraue ihm. Wir brauchen dich. Der große Mann hat recht. Gib dir etwas Zeit. Okay? Du weißt, wo wir sind. Komm runter, wann du willst. Ohne dich gehen wir nirgendwo hin. Nimm die hier. Du hast einen tollen Instinkt, Kleiner. Du musst ihm nur vertrauen. Niemand geht. Die Stürme. Sie gehören zu der Macht der Sonnenkönigin. Sie verhindert, dass wir wegkommen. Im Kloster gibt es eine Ritualkammer. Wenn die Sturmwache sie beschützt, dann muss die Lösung, wie man die Stürme stoppt, dort drin sein. Ein versteckter Flusszugang. Das Boot. Damit kommen wir zwar nicht weg von hier, aber es kann uns zur Ritualkammer bringen. Ich hätte mit ihnen gehen sollen. Ja. Krass. Lara, es tut mir leid. Ich hab dich in diese Lage gebracht. Ich hatte deinem Vater was versprochen, als ich ihn zum letzten Mal lebend sah. Dass ich dich aus Schwierigkeiten raushalten würde. Und was mach ich? Ich bringe dich mitten rein. Und jetzt kümmerst du dich um mich. Weißt du, du bist genau wie dein Vater. Er war klüger, weiser und stärker als alle anderen, die ich kenne. Und er gab nie auf, wie schwierig es auch wurde. Ich mach mir Sorgen um dich. Aber ich weiß, wenn jemand diesen Ort überleben kann, dann Lara Croft. Was auch passiert. Du sollst wissen, dass ich dich geliebt habe, wie die Tochter, die ich nie hatte. Ich bin stolz auf dich. Ja, im Grunde genommen hat er ja eine Tochter. Er wusste es nur noch nicht. Und ich würd's jetzt wahrscheinlich auch nicht kennenlernen. Ja, okay, mal gucken. Rennen, bring mich nicht zurück, Mädchen. Das hätte Ross gesagt. Ich kann einfach nicht glauben, dass er fort ist. Keine Geschichten oder meine Eltern mehr. Keine Bergbesteigung. Oh Gott. Ich wünschte, sie hätten stattdessen nicht getötet. Haben sie aber nicht. Ich bin hier, ich lebe und ich bin sicher, dass kein Boot oder Flugzeug uns von dieser Insel wegbringt. Zumindest noch nicht. Ich weiß, dass die Antwort etwas mit Himiko und diesem Kloster zu tun hat. Ich muss etwas unternehmen. Ich muss dem ein Ende bereiten. Ja. Ergonomisch gefundeter Griff, aber ein Schalldämpfer. Ja, ein Schalldämpfer. Ey. Sehr schön. Ich bin hier, ich bin hier. Ok, mal gucken. Finden wir hier noch was, bis auf die Hasen, die rumpesen. Ah, wir haben noch eine Kiste. So. Ok, so. Ja, dann. So. Schon lange nichts mehr gejagt, so ungefähr. Sieben Punkte und hier der Rabe. Sonst war hier nichts mehr. Oh, da hätte ich doch was übersehen, beinahe. Mal gucken, was haben wir denn da? Dieser chinesische Dolch ist sehr alt. Mein Vater hatte einen ähnlichen in seiner Sammlung, der aus dem Jahr 854 vor Christus stand. Ja, jetzt hast du ein eigener. Da sind noch Pilze, die nehmen wir auch noch mit. Ihr wisst doch. Ok. Oh, zehn. Nee, komm, zehn Pilze. Da blinkert noch. Achso, so ein GPS-Dings hier. Ja. Okay. Ruhig, Lara. Oh, scheiße. Ja. 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 Wölfe sind wir wieder. Was ist das? Los komm, können wir eine kleine Erhilfeposition hier einnehmen. Oh, was ist denn hier denn drüber? Okay, gehen wir mal hier weiter hoch. Ah, noch eine Kiste. Das ist doch auch in Ordnung. Ein antiker chinesischer Dolch, wahrscheinlich ungefähr aus den Jahren 100. Wie lange stranden Schiffe schon auf dieser Insel? Aus dem Jahr 100. Alte Scheiße. Richtig alt. Scheiße. Hälfte! 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 frei mit! David! Max Gottesigan! Greately fort! Nice bruder! Ja, doch Bruder... offence hier... Oh Alle erwischt. So. So. Oh. Ja okay. So. Ich läd den Pilz ein. Oh. 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 Missed. Okay. Gehts da weiter? Wölfe. Männer die auf mich schießen. Der Lara bleibt echt keine Minute zum Erholen. Ah, erstmal die Pfeile hier. Sind voll, okay. Gut, 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 gut. Hier sind noch ein paar Pulser. Der ist tot. Der ist tot. Vielleicht sammle ich ja doch alle Pilze ein. Per Zufall. Ich weiß es noch nicht. Ah, wo müsste ich? Ich müsste da hinten hin. Okay. Okay. Aber erstmal muss ich ja alles abschütteln. Das ist doch klar. Aufziehen. So. Auf, 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 auf. So, wunderschön. Hier ist jetzt nur Blut drüber. Okay. Ich war mal mit einem Trupp im Kloster. Da oben liegen viele tote Soldaten. Ohne Scheiß. Hast du Odi gesehen? Ich, äh, ich will nicht drüber reden. Im Ernst, Bruder. Was hast du gesehen? Also, was immer die sind, und was immer sie da oben stehen, ist echt üble Scheiße. Ich geh nicht mehr hin. Selbst den Vater macht der Eiltest des Team. Verdammt. Mist. Drei Mann. Habt ihr es gehört? Hm, vielleicht geht drüben. Möglichst du's noch laut hab? Was wirklich da ist nur Plastier recommend.